moin zusammen hier ist jens vom kanal move electric schön dass ihr heute wieder dabei seid ja es ist urlaubszeit und auch ich mache demnächst urlaub und deswegen würde es bald jetzt vier wochen lang kein video von mir geben aber vor meinem urlaub möchte ich noch dieses video drehen und da möchte ich euch mal so ein bisschen off topic abseits von der elektromobilität mitnehmen und mein zweites hobby vorstellen ja und was das mit dieser gartenhütte zu tun hat das erfahrt ihr wenn ihr dran bleibt wird mega spannend also nicht abschalten ja willkommen in meiner gartenhütte das ist ein ganz normales holzblockhaus nicht besonders groß zweieinhalb mal zweieinhalb meter ist ein flachdach und mein zweites hobby das hat jetzt mit dem gartenhaus hier nur bedingt was zu tun das ist im prinzip nur mittel zum zweck es hat auch nicht viel mit elektromobilität zu tun obwohl wir haben hier auch einen großen wagen wir haben einen kleinen wagen wir haben sogar eine schildkröte und wir haben ein polestar und zwar das original ja vielleicht könnt ihr es schon erahnen mein zweites hobby ist die astronomie und zwar die astrofotografie und zwar mache ich hier bilder vom sternhimmel nicht nur sterne sondern tatsächlich so hubble artige bilder und zwar so was hier oder so was hier oder auch so was hier ja das sind keine aufnahmen von der europäischen südsternwarte sondern das sind aufnahmen aus diesem gartenhaus hier denn was hier drin steht ja momentan sieht man es noch nicht außer dass ihr hier wie ein laptop stehen seht und darunter ist noch einer fragt man sich was hat das in der gartenhütte zu suchen ja dann passt mal auf ja in meiner gartenhütte da steht ein teleskop nein da steht nicht ein teleskop da stehen zwei teleskope und nicht nur so ein fernrohr mit dem man irgendwie in den himmel guckt sondern das ist tatsächlich so richtig amateur astronomie equipment denn ich mache seit 2014 also im prinzip jetzt schon seit über sechs jahren astrofotografie und das ist ein total spannendes hobby und das nimmt mich total gefangen also sterne galaxien nebel zu fotografieren das mit eigenen augen zu sehen was man sonst irgendwie nur so in hochglanz zeitschriften oder bildbänden sieht das war so ein bisschen mein anspruch wo ich angefangen habe und das war wirklich hartes brot das zu lernen wie das geht und ich kann euch sagen es ist saukompliziert extrem komplex und leider nicht ganz billig ja und jetzt fragt ihr euch natürlich jens was soll der schwachsinn du hast hier ein teleskop in der gartenhütte da ist doch ein dach drauf da kannst du doch nie die sterne sehen ja das ganze ist natürlich eine flachdach konstruktion und die habe ich so gewählt dass ich das dach natürlich auffahren kann und ja wie das geht das zeige ich euch mal eben das ganze ist ein schienensystem was nach hinten in den garten hinein verlängert wird so dass das dach nicht runter fällt und ich kann es ganz leicht aufschieben es werde licht und man sieht die sterne was ich hier noch an der sterne warte habe ist natürlich so eine art wolken sensor und ein regensensor das heißt wenn es mal bewölkt sein sollte in der nacht oder noch schlimmer es anfängt zu regnen das wäre katastrophal dann bekomme ich eine nachricht auf mein handy im prinzip dass ich weiß ich muss dringend das dach zu fahren denn da steht halt einfach zu viel equipment rum wenn das jetzt kaputt geht durch den regenschauer wäre es ja richtig scheiße so ich habe das dach mal wieder zugefahren denn die sonne scheint hier dermaßen grell rein man sieht hier kaum was außerdem wird sie ziemlich warm denn wir haben sommer und sommer glaubt es nicht ist nicht wirklich die beste jahreszeit um astrofotografie zu betreiben warum naja weil die nächte so kurz sind und es wird fast gar nicht richtig dunkel zumindest hier oben in bremen wo ich wohne da haben wir dann im sommer irgendwie drei stunden bisschen dunkelheit und das ist halt für so astro fotos doch ziemlich schlecht ziemlich schlechte bedingungen aber eins nach dem anderen ich möchte jetzt mal zeigen was ist das hier eigentlich wozu brauche ich das alles und ja was macht man damit also fangen wir doch mal an wir haben hier eine säule stehen die säule ist massiv beton mit zum kg rohr ich glaube das sind irgendwie 25 zentimeter durchmesser die ist massiv mit beton gefüllt und steht in einem fundament aus 400 kilo estrich beton das ganze ist deswegen so massiv damit es natürlich möglichst erschütterungsfrei ist das heißt hier darf sich nichts bewegen denn astro bilder die belichtet man nicht eine zehnte oder tausendte sekunde sondern meine bilder die belichte ich teilweise 10 20 oder 30 stunden wie das geht erzähle ich euch nachher noch deswegen muss klar sein hier darf sich nichts bewegen und deswegen ist das ganze so massiv ja auf dieser säule steht dieser drum hier das ganze nennt sich eine montierung das ist im prinzip nichts weiter als sag mal ganz landläufig so ein gestell mit schrittmotoren auf diesem gestell sind die teleskope montiert und der clue ist das ganze ist natürlich per computer steuerbar das heißt diese schrittmotoren gehen per usb kabel zu diesem laptop oder einen von diesen beiden laptops und damit kann ich die bewegen verfahren und zwar in allen achsen sozusagen also die es hat zwei achsen so dass ich das in jeder beliebigen himmelsrichtung drehen kann dieses dieses teleskop auf dieser montierung ja und die schrittmotoren sind so genau dass es wirklich in minimalsten mikrometer schritten geht und das braucht man einfach damit man die objekte am himmel in auch entsprechend genau anfahren kann denn die sind sehr sehr weit weg und wenn ich auch nur ein zehntel millimeter daneben liege von der ausrichtung dann sind auf die entfernung das sind natürlich gleich lichtjahre das heißt ich ziele mit der optik an dem objekt vorbei und es ist gar nichts auf dem bild das heißt es muss möglichst extrem genau sein ja auf dieser montierung sind die teleskope verstaut und an dieser säule da sind noch jede menge usb hubs und so komische kästen ganz viele verkabelung das brauche ich alles um das ganze dann nachher mit dem computer zu verbinden denn da sind ziemlich viele geräte an zum teleskop zwei teleskope habe ich gesagt das schwarze hier was ihr hier seht ist quasi mein haupt teleskop das ist ein 10 zoll f4 newton teleskop also newton bedeutet es ist ein spiegelteleskop 10 zoll bedeutet die öffnung also der spiegel ist 10 zoll groß das sind also 25 zentimeter rund und das ganze hat eine länge von rund einem meter wobei die länge des teleskops ist ein bisschen größer aber die brennweite die beträgt ein meter das heißt 1000 millimeter also landläufig kann man sagen das ganze entspricht also dem äquivalent von einem 1000 millimeter teleobjektiv sag ich mal wobei das ja kein objektiv ist weil es keine linsen enthält sondern es enthält nur spiegel und zwar zwei und so ein newton ist im prinzip ein total simpel aufgebautes teleskop weil es im prinzip nur aus einer leeren röhre besteht ja mit einem haupt spiegel der ist hier hinten das sind halt diese 25 zentimeter und einem fang spiegel der ist hier oben dazwischen ist ein meter quasi spannweite das heißt diese 1000 millimeter brennweite und dieser fang spiegel der ist schräg gestellt und der lenkt das licht vom haupt spiegel also was hier vorne oben rein fällt lenkt er ab und quasi zur seite weg um 90 grad in diese kamera hier das rote ist nämlich die kamera ja und jetzt zeige ich euch mal wie das da drin aussieht in diesem teleskop das ist doch relativ simpel aufgebaut ihr seht es ist im prinzip nur eine hohle röhre in diesem fall ist sie noch mit schwarzem velour ausgekleidet damit möglichst keine reflektionen hier in diesem tubus entstehen und am ende seht ihr ein haupt spiegel hallo da könnt ihr meine handwinken sehen das ist im prinzip nur ein spiegel und hier unten das da ist der fang spiegel der lenkt das licht um in diesen okularauszug wo dann wieder die kamera dran hängt jetzt fragt ihr euch was ist das hier und wieso sind hier auch noch drähte kann man den verstellen den spiegel nein kann man nicht der ist natürlich möglichst fest justiert das ist eine fang spiegel heizung und da ist im prinzip nur der heizanschluss das ganze geht über 12 volt und hier ist so ein kleines heizelement ja das ist dazu da dass dieser spiegel möglichst nachts nicht beschlägt denn wenn es nachts halt mal abkühlt dann ist der spiegel kälter als die umgebungsluft und dadurch beschlägt er natürlich sofort dann sind die bilder natürlich unbrauchbar und deswegen hat man hier eine kleine heizung also ich habe hier eine kleine heizung hat nicht jeder aber ich habe es gesagt das brauche ich unbedingt hier in bremen ist es oft sehr feucht deswegen brauche ich eine fangspiegel heizung sonst beschlägt der spiegel sofort das hatte ich in der ersten zeit da habe ich halt irgendwie die ganze nacht durch fotografiert und nachts um eins war schluss weil der spiegel dicht war ja und ihr seht hier auf diesem schwarzen teleskop da ist im prinzip noch ein zweites teleskop diesmal orange aufgesattelt das ist viel kleiner das ist so mit so metall schienen hier drauf und hat hier noch so alu verschraubung mit dem man das justieren kann ja und beide teleskope sind im prinzip aufeinander ausgerichtet so dass ich mit beiden teleskopen das gleiche objekt aufnehmen kann dadurch dass das viel kleiner ist könnt ihr schon erahnen die brennweite ist auch viel geringer das große schwarze hat eine brennweite von 1000 mm und das hier hat eine brennweite von 430 mm und die länge geteilt durch den durchmesser des spiegels ergibt im prinzip die blende in diesem fall ist das die blende von 3,8 und hier bei dem schwarzen haben wir eine blende von 4 wenn man das mal auf eine spiegelreflexkamera umrechnen möchte ja und sowas ähnliches habe ich hier auch an dem orangen teleskop da habe ich hier so eine manschette im prinzip das ist auch gleichzeitig so ein lichtschutz da ist ein draht dran da ist hier nämlich ein heizelement unten und dieses ding beheizt im prinzip hier das ende vom teleskop und hier hängt auch der fangspiegel dran das ganze ist metall alu dadurch wird der fangspiegel hier auch ein bisschen erwärmt und beschlägt nicht und dieses kleine teleskop ist auch ein spiegelteleskop seht ihr da ist der spiegel 13 cm durchmesser und der fangspiegel schickt das licht hier rein ist auch total matt schwarz von innen lackiert um reflektionen zu vermeiden und hier geht das ganze an den okular auszug filterrad und kamera zu den kameras komme ich wie gesagt nachher noch ist auch mit ganz vielen kabeln mit den usb hubs hier verbunden und geht im prinzip an den zweiten laptop das heißt die kamera hier geht an den oberen laptop und die kamera hier geht an den unteren laptop so dass ich im prinzip mit beiden laptops gleichzeitig das gleiche objekt aufnehmen kann einmal mit 1000 mm brennweite einmal mit 430 glaube ich war ins millimeter brennweite ja auch hier habe ich so eine tau kappe nennt sich das eigentlich dran das teleskop ist nicht wirklich so lang hier hört das eigentlich auf aber diese tau kappe verhindert auch wiederum so ein bisschen den beschlag der optik und sorgt dafür dass das ganze streulicht möglichst nicht direkt auf den spiegel trifft sondern durch diese tau kappe minimiert wird denn ich bin hier auch in einem wohngebiet und hier haben nachbarn tatsächlich teilweise die ganze nacht über das licht draußen an so dass es natürlich mit lichtverschmutzung hier ein bisschen problematisch ist und deswegen muss man eben auch so viel wert auf eine gute optik legen gute kameras und am ende natürlich möglichst gute bildbearbeitung ja nach dem teleskop ist natürlich die kamera genauso wichtig wir haben hier zum beispiel an diesem großen newton teleskop eine schwarz weiß kamera dran mit einem cmos sensor die hat ganze 16 megapixel ist gar nicht mal so viel wenn man das mit heutigen systemkameras oder so vergleicht ist aber doch ganz gut ist ein cmos sensor wie gesagt von sony und sony baut sehr sehr lichtempfindliche sensoren ist im prinzip nichts weiter als ein kamera chip aber ist wie gesagt ein schwarz weiß chip deswegen weil er als schwarz weiß chip natürlich keine kleinen mikrofilter davor hat und dadurch eine viel höhere auflösung liefert allerdings brauche ich natürlich um die farbe ins bild zu kriegen dann davor irgendwelche filter also quasi nicht auf dem chip sondern davor gelagert und die filter muss ich natürlich auch verstellen können also rot gelb blau luminanz ja und dazu dient dieses filterrad also hier sind im prinzip kleine glasscheibchen drin die quasi die filter darstellen und die lassen dann entweder nur rotes gelbes oder blaues licht auf den chip oder eben als luminanz das komplette lichtspektrum und das besondere ist mit zum schwarz weiß chip kann man ja natürlich auch andere wellenlängen rausfiltern ihr wisst ja vielleicht dass farben im prinzip nichts weiter sind als elektromagnetische wellen überhaupt das ganze licht ist ja eine elektromagnetische welle und jede farbe hat ihre eigene frequenz also wellenlänge im prinzip und es gibt natürlich neben rot gelb blau auch noch ganz viele andere elektromagnetische wellen die von den objekten da oben ausgestrahlt werden zum beispiel gibt es da oben sehr viel wasserstoff gas es gibt aber auch ionisierten sauerstoff ja man glaubt es kaum das ist nicht der gleiche sauerstoff den wir hier atmen das ist ein ionisierter elementarer sauerstoff und es gibt auch sowas wie ionisierten schwefel und diese drei gase also wasserstoff sauerstoff schwefel die haben auch eine wellenlänge die sie ausstrahlen wenn sie zum beispiel von sternen beschienen werden oder durch gamma strahlung selber zum leuchten angeregt werden das geht nämlich auch das gas da oben kann selber leuchten besonders eben auch wasserstoff gas ja für uns sichtbar ist es eigentlich nicht man kann es vielleicht in chile bei ganz ganz dunklen himmel erahnen wenn man so in der milchstraße die sich als helles band über den himmel bewegt da sieht man mal so kleine rote schemenhafte flecken das rote das ist das wasserstoff gas was wir mit unserem auge tatsächlich als rot wahrnehmen und für diese elektromagnetischen wellenlängen da gibt es noch spezielle filter also ein wasserstofffilter h alpha nennt man das ein sauerstofffilter o3 nennt man den ein schwefelfilter s2 nennt man den so und mit diesen drei filtern kann man drei verschiedene wellenlängen fotografieren und wenn man ein objekt dann mit diesen filtern fotografiert sieht das bei jedem mit jedem filter tatsächlich ein bisschen anders aus und wenn man diese filter dann wieder als rot gelb blau kombiniert hat man plötzlich farbaufnahmen von nebel objekten wie dieses hier ja zuerst wurde diese technik im prinzip mit dem hubble teleskop eingesetzt deswegen nennt man das auch so eine hubble technik oder hubble farbpalette weil diese wasserstoff sauerstoff schwefel emissionslinien oder diese diese falsch farben bilder wenn man die auf rot gelb blau quasi ummappt dann kommen so tolle farben raus und der vorteil ist dass man durch diese falsch farben diese ganzen kontraste zwischen den verschiedenen gasen die da oben sind unheimlich gut sichtbar machen kann also das ganz viele gelb hier zum beispiel gelblich grünliche das ist viel wasserstoff und viel schwefel und das ganze blaue das ist der sauerstoff und sowas kann man mit normalen rot gelb blau filter also dem normalen optischen licht überhaupt nicht sichtbar machen ja und dann kommen da plötzlich abgefahrene strukturen raus wie diese hier oder diese hier oder diese hier ja das sind alles zum beispiel objekte die sich in unserer milchstraße befinden das heißt wir reden hier von entfernung zwischen 1000 lichtjahren und keine ahnung 20.000 lichtjahren vielleicht wisst du dass unsere milchstraße hat einen durchmesser von rund 100.000 lichtjahre das ist immer noch verdammt viel aber wenn man dann andere galaxien fotografieren will dann geht es dann in die millionen lichtjahre und ja da wird es auch schon schwieriger weil die sind natürlich noch lichtschwächer und vor allem auch viel kleiner die objekte da muss man eben auch eine gewisse brennweite haben damit man die in einer gewissen größe überhaupt auf die kamera bekommt zum vergleich übrigens wenn ihr den mond fotografieren würde mit diesem 1000 millimeter spiegelteleskop dann wäre der mond auf dem chip dieser kamera ungefähr formatfüllend nicht ganz oben und unten ist noch ein bisschen luft aber so wäre die vergrößerung ungefähr ja wenn man jetzt eine galaxie fotografieren will die nächst liegende galaxie das ist die andromeda galaxie das ist diese hier die ist mal schlappe 2,5 millionen lichtjahre von uns entfernt ist der wahnsinn oder die rast übrigens mit über 100.000 kilometer pro sekunde auf uns zu also irgendwann in paar millionen oder milliarden jahren könnte es auch sein da werden unsere milchstraße und die andromeda galaxie zusammen verschmelzen und wenn das passiert dann sieht das vielleicht so aus ja aber wie läuft das denn jetzt in der praxis ab stehe ich jetzt hier die ganze nacht in der sternwarte rum und warte bis die bilder hier einlaufen nee nee so ist es ja nicht man ist ja irgendwie auch faul und warum soll man nicht die technik nutzen die einem zur verfügung steht das ganze ist ja computer gesteuert das heißt also das ist auch in meinem hausnetz ich kann also über das netzwerk von meinem wohnzimmer aus hier auf die laptops zugreifen kann quasi vom schönen warmen sessel aus das ganze programmieren das teleskop irgendwo hinfahren ein objekt mir aussuchen und die objekte sind ja alle katalogisiert zumindest das was man kennt ist katalogisiert ich würde mal sagen das ist 95 prozent des nachthimmels kennt man mittlerweile schon und das natürlich versuche ich möglichst gut abzulichten und ja kommen wir noch mal kurz auf die kameras die habe ich ja vorhin kurz gezeigt das eine wie gesagt die cmos kamera und hier an diesem orangen teleskop ist eine ccd kamera beide sind tatsächlich gekühlt die ccd geht auf 20 grad unter umgebungstemperatur und die cmos kamera geht auf 40 grad unter umgebungstemperatur das heißt wenn es draußen zehn grad ist kann ich hier auf minus 30 grad runter und hier mit der ccd auf minus zehn grad runter dann wird der chip quasi in der kamera gekühlt warum wird der gekühlt ja bei wärme da rauschen diese chips einfach mehr weil die elektronen sich schneller bewegen und blablabla die physik dahinter erspare ich euch mal wahrscheinlich verstehe ich sie selber nicht auf jeden fall je kälter der chip desto weniger bildrauschen und das will man natürlich weil die objekte sind ja so schwach die einzelnen fotonen die da auf den chip prallen die will man natürlich möglichst erkennen und nicht sie im rauschen verschwinden lassen ja so ein einzelbild was man hier aus dem laptop bekommt das ist teilweise sehr ernüchternd manchmal erkennt man sogar fast gar nichts drauf also zumindest nicht das objekt was man sehen möchte sterne sind immer zu sehen aber naja so nebel oder so eine galaxie das ist dann auf dem einzelbild doch relativ schwach und ja wie bekommt man dann diese schönen bilder zustande ganz einfach man muss eben viele viele einzelbilder machen und ich belichte diese einzelbilder in der regel so drei bis fünf minuten manchmal auch sieben minuten es kommt darauf an und davon mache ich eben zig oder 100 oder 150 über die entsprechenden nächte natürlich auch pro filter das heißt 100 rot 100 gelb 100 blau 100 luminanz oder wasserstoff sauerstoff schwefel jeweils 100 oder noch mehr bilder und ja wenn es dann nicht mehrere klare nächte hintereinander gibt dann muss man eben stückeln das heißt mal in einer woche zwei nächte dann wieder eine woche lang gar nichts dann in einer woche noch mal zwei nächte und dann hat man das bild irgendwann zusammen da sich da oben das zwar doch sehr schnell bewegt ihr wisst ja vielleicht das ganze weltall expandiert und alles ist da oben in bewegung aber durch diese entfernung gibt es da im prinzip keinen versatz in den bildern und auch keine bewegungsunschärfe ist das gar kein problem man kann bilder tatsächlich sogar noch nach jahren wieder machen vom selben objekt und in der regel hat sich da ich sag mal fast nichts bewegt es gibt objekte da sieht man tatsächlich über sogar über wochen erst recht natürlich über jahre eine gewisse bewegung das ist natürlich besonders faszinierend zb bei einer supernova oder einem supernova überrest jetzt fragt ihr euch sicher wie macht man denn so zehn stunden lange belichtung vor allem weil sich die erde ja weiter dreht also das müsste doch alles total verschwommen sein ja natürlich wird das teleskop quasi nachgeführt das heißt die erddrehung wird kompensiert und deswegen muss man das natürlich auch besonders gut einjustieren und zwar muss man diese gesamte konstruktion hier das gesamte teleskop nach norden exakt ausrichten auf den polarstern im prinzip also den polster wenn ihr so wollt und dann muss man das quasi noch mal kalibrieren so dass die abweichung von der erddrehung möglichst gen 0 tendiert ganz schafft man es nie und deswegen gibt es da natürlich in dem laptop entsprechende software und dazu gibt es dann diese kleine kamera hier das ist noch mal eine zusatzkamera wo ich im prinzip aus dem lichtstrahl der auf die hauptkamera fällt über ein prisma noch mal was um 90 grad um lenke nämlich hier in diese kleine kamera also zb so einen ganz kleinen bildausschnitt und da sind dann im besten fall so ein paar sterne drauf und einen dieser sterne den schnappe ich mir da mache ich sozusagen ein fadenkreuz drum und die software sorgt dafür dass dieser stern immer genau in der mitte des fadenkreuzes bleibt und sobald er auch nur ein paar pixel nach oben oder unten links oder rechts raus wandert aus diesem fadenkreuz da gibt der laptop dann zu dieser montierung entsprechende schrittmotor impulse dass die das korrigiert dass dieser stern immer quasi in dem fadenkreuz bleibt so dass dann die erddrehung im prinzip im besten fall zu 100 prozent genau also kompensiert wird weil wenn ich das nicht mache dann würde es nämlich zum beispiel so aussehen aber solche bilder die sind natürlich nicht sofort aus der kamera das heißt das was aus der kamera kommt ist eben doch relativ bescheiden und man muss da sehr sorgfältig vorgehen man muss die bilder kalibrieren man muss diese gesamte optik im prinzip alle fehler die die optik hat vom gesamten bildergebnis abziehen man muss im prinzip die lichtverschmutzung komplett abziehen und selbst dann hat man noch ein sehr flaues und kontrast schwaches bild was im prinzip wenn man das erstmal so öffnet nur komplett schwarz ist das heißt man muss erst das histogramm quasi strecken auf ein für unser auge sichtbares maß dass man überhaupt das sieht was da auf dem kamera chip gelandet ist ja kalibrieren ist das stichwort was bedeutet kalibrieren das bedeutet im prinzip dass ich alle störenden einflüsse meines equipments von den photonen die ich da wirklich gesammelt habe möglichst abziehen muss dass die diese photonen nicht beeinflussen da wäre zum beispiel das grundrauschen der kamera bedeutet also ich muss im prinzip das grundrauschen der kamera ermitteln und das von den bildern oder von den einzelbildern jeweils abziehen mache ich so indem ich die kamera auf die kürzeste belichtungszeit stelle dann keine ahnung so heißt 30 bis 50 bilder mache die dann wieder stecke zu einem gesamtbild in der regel ist das für das menschliche auge eigentlich relativ schwarz oder grau je nachdem wie weit ich das histogramm hoch ziehe aber da ist das rauschen drin das grundrauschen der kamera das subtrahiere ich von dem bild oder zum beispiel sogenannte flats das bedeutet was wäre das ergebnis wenn ich einen weißen hinter also einen weißen himmel fotografiere also irgendwas helles das ist ja nicht ganz hell es gibt irgendwelche flecken auf dem bild oder durch reflektionen im tubus irgendwelche komischen geometrischen formen meistens so kreisförmig in der mitte ist es heller außen dunkler und das will man natürlich in dem fettigen astro bild nicht haben weil das hat ja mit dem foto nicht zu tun sondern das kommt quasi aus der optik und das macht man genauso da gibt es eine flat folie oder eine flat box mit einem weißen licht was man auf diesen tubus legt und dann macht man auch so 30 40 bilder mit diesem weißen licht rechnet mal wieder zu einem bild zusammen das sieht dann zum beispiel so aus und das zieht man wiederum von dem bildergebnis ab und zu guter letzt gibt es auch noch darks also die dunklen bilder das heißt man macht im prinzip genauso lange wie man belichtet also nur mal ich belichte jedes bild fünf minuten wo dann auch sterne drauf sind mache ich ganz viele bilder mit fünf minuten wo ich alles schwarz abdecke wo ich quasi nur schwarz fotografiere ohne dass irgendein licht auf den kamera chip fällt so dass ich das verhalten der kamera habe wenn gar kein licht da ist aber ich fünf minuten lang belichte da gibt es auch diverse rausch artefakte und sonstige artefakte auf dem bild die man mit dem bloßen auge so eventuell gar nicht wahrnimmt aber bei den langen belichtungszeiten addiert sich das das sieht dann zum beispiel so aus und das zieht man wiederum vom bildergebnis ab so dass man von so einem rohbild am ende zu so einem bild kommt damit ist das bild kalibriert das mache ich halt für jedes dieser schwarz weiß summen bilder und am ende habe ich dann kalibrierte rohbilder die ich dann weiterverarbeiten kann das ist im prinzip die kunst und selbst dann sieht so ein rohbild immer noch nicht wirklich ansehnlich aus abgesehen davon dass es natürlich erstmal schwarz weiß ist da muss man die farbkanäle kombinieren da gibt es eine spezielle astro software ich nutze dazu zum beispiel die software pix inside das ist ein mathematisches astro bild bearbeitungsprogramm ich komme eigentlich von photoshop und das war für mich damals echt hartes brot in pix inside einzusteigen weil die oberfläche ist auch eher so von freaks gebaut sage ich mal es ist aber wenn man das einmal verstanden hat völlig intuitiv und wenn man weiß wie es geht es ist immer einfach klar ja wenn ich das dann bearbeite die bilder dann dauert es manchmal fast genauso lange wie das belichten also vier fünf oder acht stunden und mehr ist keine seltenheit ich mache das nicht nur in pix inside irgendwann für den feinschliff gehe ich dann doch in photoshop weil mein ansatz weniger der wissenschaftliche ist sondern mehr der des fotografen das heißt ich will pretty pictures am ende haben und da ist für mich photoshop am ende schon das richtige werkzeug ja und ihr fragt euch jetzt sicher was kostet der spaß und kann ich das eventuell auch machen wenn es euch interessiert ja natürlich könnt ihr das machen es kann im prinzip jeder es ist aber gerade astrofotografie auf diesem niveau nicht ganz billig ein teleskop kaufen spiegelreflex dran auf ein stativ stellen das kann im prinzip jeder damit ist es aber nicht getan dann wird man schnell an die grenzen stoßen und sagen irgendwie habe ich mir das anders vorgestellt so ging es mir damals auch habe ich erst mal mit zum einsteiger equipment angefangen und am ende sehr viel lehrgeld bezahlt weil ich dann einfach nicht das bekommen habe was ich wollte also an bildergebnissen und habe ich über die jahre natürlich immer mehr reingesteckt in dieses hobby und ich würde mal sagen das was hier so steht in dieser sternwarte am ende wie gesagt seit acht jahren mache ich das jetzt schon das ist schon ein kleiner e-up würde ich mal sagen ja aber auch ich habe das nicht alles auf einmal gekauft sondern über die jahre so nach und nach immer mal wieder dann war erst das große teleskop dann das kleine teleskop dann diese kamera dann jene kamera dann der filter dann der filter und so ging das dann über die jahre so dass die investition sich natürlich gestreckt hat und von daher war das für mich zumindest leistbar und die der spaß den ich mit diesem hobby generiere und die faszination die ist mir diese investition einfach absolut wert ja man muss schon ein bisschen crazy sein um so was als hobby zu betreiben aber ich bin ja wie so ein technik fan also das ganze hier ist ja auch sehr viel technik und sowieso also was was bildbearbeitung angeht das ist auch eins meiner hobbys mache ich total gerne genauso wie video drehen video schneiden all das macht mir tierisch spaß deswegen investiere ich da auch sehr viel zeit drin und ja das ergebnis finde ich das spricht für sich und es gibt wenige leute die hier aus so einer gegend wie hier bremen vorstadt solche bilder machen können und da die community doch recht klein ist kennt man sich untereinander und tauscht sich aus und von daher macht es natürlich riesen spaß man lernt auch unheimlich viele leute kennen ist leider auch so ein bisschen eine männerdomäne also irgendwie brauchen wir die astro women ähnlich wie die electrified women leider gibt es das noch nicht ja das war also mein einblick für euch in mein zweites hobby der astrofotografie also ihr seht ich mache nicht nur youtube ich mache auch andere bilder oder auch videos wie ihr wollt sehr sehr faszinierend das ganze und wenn ihr mögt dann könnt ihr mal auf meine website dazu gucken die adresse blende ich euch hier unten ein denn da findet ihr alle meine bilder der letzten sechs jahre von anfang bis ende es ist eine total faszinierende sache da findet ihr auch informationen über diese sternwarte und auch viel anderes wissenswertes schaut doch mal rein www.spaceimages.de und ja wenn euch das video gefallen hat würde ich mich freuen wenn ihr mir einen elektromobilität aber was soll es jetzt ist urlaubszeit und wir sehen uns dann beim nächsten video wieder da geht es natürlich wieder um unser lieblingsthema elektroautos und alles was damit zu tun hat ich mache jetzt bald urlaub ich wünsche euch auch noch einen schönen sommer wir sehen uns dann wieder ende august wahrscheinlich anfang september bis dahin macht's gut bleibt mir gesund ciao so Bis zum nächsten Mal.